So, ja, herzlich willkommen zu meinem 250 Abo-Special bzw. der Vorbereitung und die ist jetzt wichtig. Ich brauche da wirklich eure Hilfe, denn ohne eure Hilfe wäre das Special einfach nichts. Und natürlich soll das für euch auch nicht ganz uneigennützig sein. So, wie ihr seht, ich brauche eure Hilfe und zwar dringend. Ja, die brauche ich, denn wie ihr seht, der T95, der fällt auch noch schnell, wenn wir den Panzer anschieben. Und ja, ohne euch wäre ich ja quasi auch nichts, deswegen zeigt das quasi ganz korrekt, so die momentane Situation. Also, um was geht's richtig? Ihr könnt mir Fragen stellen und ihr darfst mich fragen, was ihr wollt. Natürlich gibt es bestimmte Fragen, die ich nicht beantworten werde, aber ich hoffe, ich glaube, die wird mir keiner stellen. Und ihr könnt mir diese schicken. Wie? Das sage ich euch gleich. Und das Schöne ist, es gibt für euch auch noch was zu gewinnen. Was? Sagt euch auch gleich. So, wie könnt ihr mir eure Fragen schicken? Ihr könnt mich alles fragen, ob ihr jetzt mein Lieblingsessen wissen wollt, warum ich das Place mache oder keine Ahnung, meine Größe oder irgendwas Spezielles über mich oder meine, was weiß ich, mein Kater von mir aus auch, oder irgendwas über ein spezielles Video über Panzer oder was weiß ich, irgendwas, was ihr gerne wissen möchtet, schickt mir eure Fragen entweder als Nachricht in YouTube, als Nachricht auf Facebook oder als E-Mail an fragen-deswing-at-web.de. Ich zeige euch nochmal alles ganz genau, wie ihr das machen müsst. Natürlich, das mit der E-Mail müsst ihr selber wissen, deswegen die E-Mail schreibe ich auch unten nochmal in die Beschreibung. Genauso wie den Facebook-Link, der ist schon drin. Also, dann könnt ihr da halt mal suchen, ob ihr das Richtige findet. Ja, das wäre es auch schon mit der Präsentation gewesen. Die war jetzt mal ganz schnell gemacht, aber ich würde euch natürlich noch zeigen, wie ihr mir die Sachen schicken könnt. Und zwar gibt es da hier einmal meinen Kanal. Dort klickt ihr auf Über uns. Das mache ich jetzt mal bei Flatmates Kanal, habe ich schon vorbereitet, weil bei mir selber kann ich mir natürlich keine Nachricht senden. Dann hier bin ich auf Über uns und hier unten steht Nachricht senden. Da schickt ihr mir einfach eine Nachricht und schreibt dort dann einfach rein, was ihr gerne wissen möchtet. Sprich, ihr schreibt dann hier, ihr schreibt dann Betrefff-Fragen. Dann schreibt ihr hier zum Beispiel eure Fragen halt rein und dann schickt ihr mir das Ganze. Ich will schreibt natürlich jetzt keine Nachricht schicken. So, zweites wäre hier. Ich schicke mir einfach an Facebook eine Nachricht oder ihr schreibt dann die PIN-Wand. Allerdings werde ich es an der PIN-Wand sofort löschen, weil ich schreibe mir die Frage dann auf und dann lösche ich es. Ganz einfach. Sprich, ihr schreibt einfach, ihr schreibt es auf die PIN-Wand und dann lösche ich den PIN-Wand-Post halt einfach und schreibt mir die Fragen dann für mich auf. Oder ihr schreibt mir halt einfach direkt eine Nachricht. Das wäre wahrscheinlich die einfachere Version. Und die dritte wäre eben ein E-Mail schicken an diese E-Mail-Adresse. Fragen-deswing-at-web.de. Nochmal zum Mitschreiben. Ja, und jetzt die Frage, was es zu gewinnen gibt. Da habt ihr nämlich die Wahl. Einer von den Leuten, die mir die Fragen einsenden, gewinnt, aber wirklich nur einer, also nicht, dass ihr es falsch versteht. Und derjenige hat dann nämlich die Wahl. Einer von den Fragen, den werde ich auslosen mit random.org, werde ich auch mit einem Video drüber machen. Und der hat nämlich die Wahl zwischen entweder 1.500 Gold in World of Tanks im Wert von etwa 7 Euro. Oder das Spiel The Witcher im Wert von etwa 8 Euro, also 7,99 außerhalb im Special. Ja, dann könnt ihr halt je nachdem wählen. Ihr braucht natürlich für das eine einen Steam-Account und für das andere einen World of Tanks-Account. Aber bei dem WOT-Account gehe ich mal davon aus, dass ihr den schon habt. Also, ja, ist sogar Directors Cut im Übrigen von The Witcher. So, das wäre nämlich, also ich brauche eure Hilfe da wirklich, deswegen schickt mir bitte Fragen, sofern ihr was wissen möchtet. Und ich hoffe einfach, dass ihr was wissen möchtet. Nein, ich kann jeder irgendeine Frage sich rausnehmen. Und ich hoffe mal, dass ihr euch da was einfallen lasst, denn ohne euch bin ich da ein bisschen aufgeschmissen. So, ja, dann danke fürs Video angucken und ich hoffe, dass ihr mir Fragen geschickt. Und ich freue mich da drauf und wünsche euch viel Glück beim Gewinnspielen, denn entweder The Witcher oder Gold und WOT, kann ich da gebrauchen. Ja, das Sponsor ich im Übrigen selber, das ist mir nicht gesponsert. Also, das hat mir bei uns schon Wert. Ja, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fragen schicken, fleißiges Fragen schicken. Bis dann, tschö.